So, du bist tot. Ah, Aktion auch erstattest. Hier, dann bespür ich jetzt Charlie. Das war's. Sir Hippies will be pleased. You've proven yourself more than capable. Of course, of course. Bin ja auch der Beste. Where the hunter goes, death follows. Not fucking wrong. Ich fühle mich wie ich in der Hölle irgendwie vor die Hunde töte und was weiß ich nicht alles da so einen Höllenkampf mache und irgendein Marvel-Rider kriegt das dann mit. Dann fucking Lee ist überall anscheinend. So, das Mondsägel wird jetzt platziert. Das war das Grünleuchten. Verstehe. Erstmal klaue ich da den Schlüssel. Ah, ihr Wurzeln. Die Hilfe des Hypos stellt den früheren Zustand sowohl natürlicher als auch unnatürlicher Gestein wieder her. Das Läutern ermöglicht es dir, Jahre zurückzudänen, indem du ihnen mit einer einfachen Geste Leben einhaust. Hyppies scheint nicht zu agrieren. Perfekt. Perfekt. Danke dafür. Was ist hiermit? Also. Oh. Perfekt. Dafür brauche ich dann den neuen, Heidi. Den letzten. So, kann ich das hier... Oh, Mann. Nach unten. Wenn es hier war, Autumn würde mich zeigen. Vielleicht habe ich zu viel von ihm gefragt. The God's latest gift seems to be quite powerful. Ich habe bereits removed a great deal of corruption afflicting the grounds nearby. I've noticed. I've noticed. I take it that means the latest trial wasn't much of an obstacle for our legendary hunter and their faithful companion. We were ready for what awaited us. The power of renewal is indeed a remarkable thing, especially when facing such an insidious problem. But how did this corruption come to spread across the grounds in the first place? I mentioned before that Wanda had visions after absorbing the power of the moon seal at my altar. But it's obvious now that I didn't truly understand the depths of what she was experiencing. What do you think really happened here? I've told you that Wanda wasn't a descendant of the blood. In truth, her magic was born in chaos from the touch of the dark god Chthon himself. I fear this connection between them was even stronger than I imagined. We couldn't believe who we are, even if she was connected with Chthon. If you knew about this connection, she couldn't be here. How would you know this better? We couldn't believe who we are. She cannot be blamed for something out of her control. Of course not. Just look at the group we have working with us here. Everyone deserves a chance to prove who they really are. It is done now in any case. We can only move forward from here. Renewing the grounds is already an important step forward for us. Wanda's visions, were they part of her ties to Chthon? Do you know what it is she saw? She described them like a dream. Broken, distorted images that she could only remember in passing. But you're right, Hunter. I believe now it was Chthon who came to her. His influence strengthened by the power of the seal she absorbed. And the corruption on the grounds, this was his influence? It seems almost too clear now. The corruption on the grounds returned just as Wanda's explorations reached their peak. Was there nothing in her journal about this? Maybe we've gotten ahead of her. I should return to the library and continue the translations. Come by tomorrow and I'll let you know if I found anything new. First of all, I'll let you know the whole... ...verderbnis... ...scheice... ...weather... ...zurück drängen. Hier oben war da oder war da irgendwo, ne? Hier nicht, hier glaub ich. Da vorne, yeah. Und da auch die Truhe, ja. Oder was da da ist, der Brunnen. Wer weiß, was das sein soll, wir finden's raus. Was? Eine Brunnentruhe. Rätsel entschlüsselt. So, und wo geht's hier weiter? Ein neues... ...ab... ...Teigeländer. And what the fuck are these flowers? What the fuck is das? Titanwurz. Ah, ja. Tschüss. He is in agreement. Hm, hm, hm. Ich nahm hier auf jeden Fall alle Pilze auf, die ganz komisch aussehen. Was haben wir hier? Oh, Mann, oh, geht mir das auf den Sack, dass der mir das Falsche anwendet. There must not be anything here. All will be restored. Oh, is that the letzte Statue? Now, who the heck? Autumn does not answer. Autumn does not answer. Autumn seems like a busy guy. What is this? It looks like a fragment of a moon seal. Oh, nein, das letzte Mondsegel ist kaputt. Wir müssen die Splitter sammeln. Ich kack ab. Warum nicht? Du vielleicht. Aha. 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 Ja. Ja. Mit der legendären Truhe. Blackout Palette. Blackout Palette. Fuck. Wir sind Hörner gewachsen. Mehr Siegel. Hightech. Oh. Oh. Well, that looks very cool. That looks absolutely shit. Ah, jetzt hat er die falschen Schwerter wieder, denn ich kack ab. Midnight Sun. Wow. Hm. Hm. Das sieht wirklich cool aus. Ein bisschen wie Stealth Black. Nehme ich mit. So. Finger einsammeln. Hunters Tagebuch. Sarah ist nicht meine Mutter und ihr wird es niemals sein. Denn doch behandelt sie mich wie ein Kind. Und ich halte es kaum aus. Wenn meine Kraft wechselt, versucht Edgar von mir zu helfen, Kontrolle darüber zu erlernen. Sie hat mir Zauber beigebracht, um mich meiner Lieben zu beschützen. Aber Sarah redet mir nur Schuld und Angst ein. Wieso sollte ich etwas fürchten, dass mein Körper so natürlich empfängt wie Atmen? Vögel fürchten nicht das Fliegen und ein Bär würde sich nie für seine Zähne entschuldigen. Wieso sollte ich mich bremsen? Ha, die Jugend. Da war ich noch. Lilifs Tagebuch. Moment kurz. So. Es tut mir leid, tut mir leid. Ich will nichts mehr als vor Begeisterung zu vorloggen und zu rufen. Gregor und ich haben uns vermählt. Sarah meinte es sei ungebührlich. So viel Begeisterung über ein sterbliches Vergnügen zu zeigen, aber ich bin sehr verliebt. Ich habe es ihr noch nicht gesagt. Sie denkt der Grund für meine Abwesenheit von der Abteil in den letzten Tagen wäre, dass ich Hiram Shaws Schritte verfolgt habe, während er das Darkhold sucht. Aber nein. Gregor und ich haben eine heimliche Trauerzeremonie abgehalten und das Glück gefeiert einander gefunden zu haben. Ich denke ich sollte diese Nachricht wohl bald mit meiner Schwester teilen. So, ich hoffe das war nicht allzu schlimm, dass ich kurz den Kader rauslassen musste, weil ich habe euch ja das auch noch zum Lesen da gelassen. Das ist nur immer, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass ich da mal zwischendurch weg muss. Für 1-2 Millisekunden. Arkan ist ein bisschen auf Stufe 5. Seltene Kisten benötigen. Keine Arkan Schlüssel mehr. Let's fucking go. Es wird ja immer besser und besser. Kann ich mal Frisuren oder so bekommen, Alter? Die Gesichtssiege sind alle... ...nicht so das, was ich mir erhoffe hier vom Spiel. Öffne diese Wand. Oh, eine neue Tarotkarte. Elektro und der Devil halten Hände und verschließen ihre Augen. Sie genießen den gemeinsamen Moment, obgleich ihre Waffen in greifbarer Nähe sind. Diese Karte verkörpert Kommunikation und Vertrauen besonders in einer Partnerschaft. Lilles Tagebuch. Oh Götter, ich weiß, was ich hier versuche, aber ich werde von Scham übermannt. Was, wenn es funktioniert? Was, wenn ich wirklich alles rückgängig machen kann? Ich will nur mein Kind in den Arm halten. Ich will seine lieblichen Schreie hören. Die Worte einer liebenden Mutter, die zum Dämon wurde. Da oben ist noch irgendwas. Hier wohnt ich hoch. Verstehe. Oh. Verstehe, dieses Glitzergeräusch, nenne ich es mal, ist also, wenn ein Mondziegel in der Nähe ist. Ich sammle hier natürlich alles auf, in der Hoffnung, oder versuche zumindest so viel wie möglich aufzusammeln, in der Hoffnung, dass wir damit noch was Cooles craften können. So, was do we have here? Da ist das Gewürz, äh Gewürzhaus, ja moin, Gewächshaus. Liliths Garten. Agatha wartet auch schon, weil sie einfach alles ignorieren kann. Agatha, wie zum Teufel kommst du hier rein? Du hast wahrscheinlich schon wiederholt. Wanda, die Hände zu dir ist, Hunter. Das heißt, es ist wahrscheinlich Zeit, ich war ehrlich mit dir. Die Dinge wurden ein bisschen verletzt, an dieser Stelle. Es war hier, dass Wanda ein Bord, in der literalen Sprache. Die Gäste zu Ihren Mutter von der Garten sind all aber impervious, zu anyen attempt wir machten zu den Öffnen. sie. Du hast nicht so schnell gegeben. Natürlich nicht. Wanda war ein Hesitant, aber ich habe mich geholfen, wie nahe sie kam zu erreichen. Ich habe sie stark geholfen, um zu versuchen. Wenn ich nur die Risiken habe. Aber nein. Mit meiner Gelegenheit, sie hat sie versucht, die Moonseal von Setz' Trial zu eröffnen. Du hast versucht zu helfen, ist das überhaupt möglich? Würdest du besser wissen müssen? Nee. Ach, die Punkte. Aber die Gelegenheit nicht öffnen? Nein, es war nicht. Und als ein schlechter Schmerz des Blastes, ich wurde getötetet. Das war das Training mit Wanda? Ja. Das ist eine sehr schreckliche Erklärung von der Schmerz des Blastes, von der Schmerz des Blastes. Ich war noch aus meinen Szenen, aber das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Sie sterben. Sie sterben. Wanda wurde sie traumatisiert, nur um sich zu schmerzen von der Schmerz des Blastes und sie nicht ohne jemanden zu unterstützen. Ich habe gesagt, dass alles so schlecht. Vielleicht sollte ich es sagen, dass es sehr gut ist. In either Weise, jetzt Sie wissen die Wahrheit. Aber was über Sarah und die anderen? Sie müssen auch wissen? Also, meine Situation aus der Zeit, glaube ich, vielleicht werden wir warteب. Wenn Sie noch immer mehr weiterentwickeln, Sie müssen sie finden, die Schmerz des Blastes des Blastes. Wenn alles gut geht, dann würde ich fertig sein. Ich glaube, ich habe schon ein paar Marken gefunden gefunden. Natürlich richtig, haben Sie. Es gibt noch eine Farbe. Die steinernden Augen der Statue sind fast schon so kalt wie ihr echtes Gegenstück. Warum ist das so? Ach nein, Caretakers Tagebuch. Ich wütme mich nun an einem kalten Spätnachmittag dem Schreiben. Ein Sturm sperrt uns heute alle in die Abtei ein und der Schnee fällt schwerer, als ich es viele Jahre erlebt hatte. Das verleiht dem Nachmittag eine Stille, die ich nur wertschätzen kann. Es vergeht kein Tag, ohne dass wir uns umsehen in Erwartung dessen, was uns gewiss jeden Moment widerfährt. Und doch ist mir der Frieden, den ich mit Ärgerfahrt an meiner Seite erlebe, eine Freude. Sie ist gutmütig und es gibt flüchtige Momente, in denen ich unsere Mühen vergesse und mir fast erlaube, glücklich zu sein. Ich kann nicht anders. Ich klammere mich an diese Momente. Doch ich weiß, es sind nur Momente und bald stehen wir wieder unseren größten Widersacherinnen gegenüber. Super. Ich darf mich nicht ablenken lassen wie ein Slee-Liv. Lost to Credits and Credits in Gloss. Oh, sammle vollständig. Caretakers Run. Schwarzes Gria-Moor. Okay. Das schwarze Gria-Moor. Mächtig. Dunkel. Und voller heimtückischer Fallen. Wanders Tagebuch. Ich kann die Schönheit dieses Gewächshauses kaum glauben. Ich weiß, es ist etwas überwuchert, aber... Ich kann dennoch erahnen, welches Pracht hier einst herrschte. Vor langer Zeit, als ich mit Liebe und Hingabe darum gekümmert wurde. Ich schweife ab. Konzentration, Wanda. Dieses Zierbau... Dieser Zierbau muss einfach ein Hinweis sein. Ich habe versucht, einen Weg hineinzufinden, aber ich bin mir noch nicht sicher. Agatha wird hier im Moment hier sein. Ich hoffe, sie hat eine Idee, wie wir uns Zutat verschaffen können. Okay, 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 okay. Und mit dem letzten Siegel kann ich dann... ...die Wände hier einreißen, ne? Und da vorne komme ich, glaube ich, wieder dann zur Abtei, zum normalen Gelände. Und alles ergibt seinen Kreis. Der Garten, der Eifersucht. Ah ja. Warum nicht? Hier scheint doch, glaube ich, erstmal... ...nichts mehr zu sein, ne? Da war das. Hier war das. Hier unten war nichts mehr. Dann müssten wir... ...einmal zurück. Und... Who the fuck is Elizabeth Smith? Mitglied von Halem... Äh, von Halems. Von Salem's Hexenzirkel. Ein weiteres Opfer der Prozesse in Old Salem. Ähm. Autumn... ...da ist notiert. Okay. Autumn... ...ist ein faule Stück Scheiße. Okay, hier ist nix. Hier oben war noch was zum Entsperren. Das weiß ich noch. Haha. Ich kenn mich aus, Kinders. Gedächtnis wie ein Elefantkapper. Danke. Ich wusste, du würdest die Schäden reißen, wenn du deine Meinung nach sie verbreitest. Aber das war immer schneller, als ich erwähnte. Dann hätte ich besser arbeiten können. Ich bin sicher, dass ich das Moonseal zurückkehren kann zu ihrer alten Glorie. Aber ich muss dich auf einen anderen Weg senden. Ich brauche eine besondere Blut, um als Reagent für dieses Ritual zu sein. Es sollte nicht zu schwer finden sein. Es wird gerade in fronte meiner alten Kabin. Während du das sammeln, werde ich den Rest der Präparationen machen. Vielleicht habe ich hier auch schon. Finde die Reagent. Okay, ich muss. Okay, ich muss. This must be the Reagent that Agatha needs to restore the seal. Heh. By the way, was kann ich denn hier so zaubern? Tauschen. Angriff to Credits in Gloss oder Gloss to Credits. Na klar bin ich ein Natural. Could you be a Natural? That was expertly done, Hunter. Ein legendäres Geschenk. Putz. I expected no less from someone as skilled as you. Weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ich bin krass. Der Rest ist Moch. So, hier die Blume. I have found the Reagent. So you have. Let's not waste any more time. For this to work, we'll need the elemental altar. Come with me. Na klar, na klar. Ich weiß noch gar nicht, wo der Ding ist. Wo ich den Mondsiege, wo ich den Mondsiege reinpacken muss. Heh. Let's go. Das ist es, Hunter. Once I've reforged the seal, you can face the final trial. I'm sure Set is eagerly awaiting your arrival. It has been a long road to reach this point. Lucky for you, the ritual won't take more than a moment. I just need to say the magic words. Abra-kadaap. Just kidding, dear. I'm glad to know your situation did nothing to dampen your sense of humor. Sarah is salty enough for the both of us. I like to keep things in balance. Now, let's get you a Moonseal. I just hope Set doesn't mind a bit of refurbishment. I will find out soon enough. Just remember, Hunter. The answers we seek are almost within your grasp. Stay the course. Yeah, damit. So, das Mondsiege haben wir schon mal. Dann müssen wir irgendwo hier oben hin. Wieder. So, da wo es gold leuchtet, da müssen wir hin. Irgendwie. Hä? Ich muss hier hoch. Ich weiß nicht, da hinkommen. Ich habe gerade von hier unten gesehen. Ich muss hier hoch. Dann hier hin. Aha, da steht sie doch schon. Äggefahr. Meine gute Äggefahr. Autumn, da steht. Der Wagen. Der Silversurfer steht mit unterschiedlicher Balance auf seinem Brett, während er nach vorne rast und seine wirbelnde Kraft hinterlässt. Diese Karte hat Körpert, Entschlossenheit, Kontrolle und sich nach Hindernissen direkt zu stellen. Of course. Wahrscheinlich nicht. Ja, klar. So, rein da in die Olga. Ein Freundeslevel 16, ich bin 15, da gehe ich rein. Ähm, okay, ich dachte, ganz kurz, wir abwürdig jetzt, jetzt schlafen. Achso, ich dachte, er wäre noch. Achso, ich dachte, er wäre noch. Achso, ich dachte, er wäre noch. Achso, ich dachte, ich dachte, dass Hippas wurde von seinem Bruder, Set, der seine Macht absorbiert hat. Okay, die zwei wiederbelebend, ich verstehe. Well, that's kind of toxic, but... So. Au. Ah, genau das, sowas wollte ich, genau. Zack. Hm. Fein, Charlie. What? Er hat überlebt. Ne, hat er nicht. Alle Seelenbindung gehen, da müssen alle im selben Zug K.O. gehen, damit sie wirklich besiegt sind. Ja, verstehe ich. Gut, dass ich. Die Karten bekommen, die mir nichts bei Ihnen. Vorher. Ja. 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 ja komm I'm impressed Leave some for the rest of us Hallo ich will Ich will das drehen Ich will die drüber springen Ja okay nass Nix in der Bindung Junge Sehr geil So wen kann ich mir einen Stein vom Kopf werfen Dem Hund Oder ihm Hier Mal hier einen Stein Aua Ist doch wütend auf mich Ja tut mir aber leid Nicht Hm Okay lass mal so Das hat mir gar nichts gemacht mein Freund Dafür kriegst du einen Wichser Fuck nicht auf Charlie Shit die gehen ja übelst auf Charlie Charlie ist tot Mit Charlie I will hold the line I don't think we'll be seeing any serpent men But in his heyday Set created his own personal army Much like Lilith and her children He seemed to have an unusual fascination With earth's various reptile species There was a time when Lilith had the highest of standards for her minions Ja Tag Ich habe gerade überlegt ob das Sinn macht Einen von den beiden zuerst zu tönen aber die machen ja guten damage ne Aber ich habe die Servanten von Lilith Und jetzt zeige ich ihnen ihnen zu tönen Ähm Den kriege ich sowieso nicht tot Also lebe ich lieber nur einen Hund mit Und ob ich zwei Gegner die weniger damage machen Also Zwei Gegner weniger von denen ich damage bekomme So meine ich das Und jetzt Und jetzt